Ja, erste Fahrstunde. Mein lieber Scholli, da geht die Pumpe. Der Waren ist schön. Am Waren kann's nicht liegen. Der Waren ist eine Wucht. So was Schönes. Das ist mein ich auch nie da. Oh, die fährt aber hier. Wenn ihr überhaupt nicht fahren. Liebes bisschen. Wenn die heute alles auf die Straße lassen, packst du dich nur noch im Kopf. Ja, was ist denn jetzt mit dem Fahrlehrer? Die Stunde ist bezahlt. Das ist mein Rubel, der hier rollt. Krieg schon wieder so'n Hals. Ach, so'n junger Spund. Ich krieg' nen Föhn. So, wunderschönen Tag. Wieder aus. Hallo. Ja. Ich bin der Mario. Ah ja. Du siehst, erste Fahrstunde einmal. Gut, dann treten Sie mal die Kupplung. Ja, ich habe. Ich habe Kupplung mit Sie treten. Und dann treten Sie die Bremse. Ja, das ist das rechte. Das mittlere. Mit dem linken oder dem rechten Fuß? Mit dem rechten Fuß. Ja, hab ich. Ich fahre aber noch nicht. Noch fahren Sie nicht. Ja, haben Sie gepupst? Nee, ich habe mich gepupst. Nein, nein, nein. Sie gepupst. Schnell nach rechts. Und voll einschalten. Weniger Gas. Ja. So, jetzt starten wir noch mal. Ich bin gefahren. Ja, jetzt sind wir schon ganz schlecht weitergekommen. So, Gas weg. Ja, hab ich. Wer geht da? Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Jetzt blinken wir auch mal nach rechts. Ja, so. Muss ich zeigen. Ach so. Da ist der Link. Ja. Komplett einschlafen. Ich fahre. 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 Warum fahren Sie denn jetzt? Ach du liebe Bisschen, die Oma. Vorsicht. Ich fahre. Der Waren ist einmalig. Der fährt ja quasi von alleine. Was braucht... Guck mal, ich mache nichts. Oh. Bin ich... Gebt jetzt Gas. Bin ich jetzt dran. Also, ich muss sagen. Eigentlich können wir doch schon Prüfung machen. Ja. Mit Sicherheit. Schub wieder mal, dass ich mich sehen weiß. Ich meine, ich bräuchte auch eine neue Brille. Die Zähne habe ich mal angenommen. Ja. Aber das hat ja mit dem Fahren nichts. Einmalig, wie der Waren auch in die Kurven geht. Ich werde mir genau diesen Waren holen. Ja. Also, ist das noch mal für einer? Ein Gold. Ein schöner Waren. Schatten Sie mal den zweiten. Dann nur mal gucken und dann... Dann gucken und dann vorstehen wir das ganz weg. Ja. Einmalig was gemerkt. Das macht der Waren praktisch. Fast von weg. Das sind nicht Raucherwaren, ey. Das sind nicht Raucherwaren. Das riecht Markus. Markus, Sie machen was mit mir? Mario. Was Mario? Ach, Sie heißen Mario. Hör mal. Guten Tag. Der Hund darf da aber nicht hinpinkeln. Das wisst ihr, ne? Dann schreibe ich wieder drüber. Was wollen Sie? Ihr Hund, der ist am hinpinkeln. Der Hund ist am hinpinkeln. Und ich habe einen Zeugen. Das ist der Markus. Sie sind Witwold. Ja, Sie sind Oberwitz. Ich hab Sie schon gesehen. Ich hab Sie schon gesehen. Ich hab den Hund wie der da hingpinkelt hatte. Das geht nicht. Ich mach auf Fahrschule. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen. Was? Ein bisschen lauter sprechen. Warum? Was sagten Sie? Sind Sie schwerhörig? Ich hab's nicht verstanden, was Sie gesagt hat. Sie sind mir immer am reingreifen. Das kann ich nicht haben. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Lassen Sie bitte und treten Sie nicht selber. Nein. Ich möchte jetzt fahren. Es heißt jetzt. Sie fahren mir die ganze Zeit rein. Es ist doch eine vollkommen ungefährliche Situation. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Hab ich hier Vorfahrt bewährt? Hab ich Vorfahrt? Nicht reinfassen. Nicht reinfassen. Vorsicht. Hab ich Vorfahrt. Ich rupe mal lieber. Dann ist das beste. Ja, muss die durch. Ja, ich bleibe still. Kriege ich hier richtig? Boah, mir läuft die Suppe eiskart. Mir auch. Ja, ich meine. Man darf leben, bräuch ich es auch nicht ohne. Nee, nee. Das ist rein verkehrstechnisch eine Ausfahrung. So, jetzt wollen wir hier rechts und runter. Hier rein. Nicht reinfassen. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht. Nicht reinfassen. Nicht reinfassen. Bitte nicht reinfassen. Aber weißt du, ich habe auch nur Nerven. Wenn Sie mir immer am reinfassen sind, Markus. Immer wieder am reinfassen. Mario. 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 Ach Mario. Ich habe das Gefühl, ich habe die erste Fahrstunde. Ich auch. Äh, was? Hab ich auch das Gefühl? Was? Erfolgreich. Ich weiß nicht. Koch. Ich weiß nicht. Es geht nicht mehr.